Jo. Entschuldigung, guten Tag. Eine Frage, haben Sie vielleicht eine ältere Frau gesehen? Eine ältere Frau. Ich weiß nicht, wir wollten uns da hinten treffen. Aber die ist jetzt, glaube ich, schon weiter gegangen. Hab ich nie gesehen. So eine gelbe Jacke hatte die an. Bitte. Eine gelbe Jacke war das. Ich bin's nicht. Ja. Ja das ist mir schon klar. Ja ist jetzt Zufall, nicht? Ja. Ja und25. Ja. Ja in Ordnung. Dankeschön. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö